Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen in Train Sim World. Wir dürfen heute die neue Baureihe 182 testen, den sogenannten Taurus, eine wunderbare Produktion von Siemens und einem Simulator von DTG. Ja, wir haben heute die Ehre, diesen schönen Regionalexpress bzw. Regionalzug über die Strecke Rapid Transit zu fahren. Dann, zuerst einmal tun wir natürlich die Türen auf der rechten Seite entriegeln, sodass alle Fahrgäste ein- und aussteigen können. Und ich würde nur sagen, wir rüsten zuerst einmal die Lokmotive auf und schauen, wie es in der Lokmotive selbst aussieht. Ja, der Führerstand sollte uns bekannt sein und dementsprechend gehen wir auch direkt ans Gelbe, sprich wir rüsten die Lokmotive auf. Hauptschalter... Ja, okay, das ist hier jetzt auf jeden Fall ein Fehler. Hier wird angezeigt, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist, aber hier unten wird angezeigt, dass der Hauptschalter nicht eingeschaltet werden kann. Normalerweise sollte das blau sein. Aber okay. Das ist jetzt tatsächlich ein Fehler. Na gut. Ja, die Lokbremse ziehen wir an. Fahrtrichtungssender geht in Vorwärtsstellung. Dann... Türen auf der rechten Seite sind noch geöffnet. Das Licht schalten wir uns noch ein. So, zwei Lichter an der Front. Zwei im Beweis. Also von der Außenhaut, finde ich, ist der Taurus hier so unglaublich schön. Den hat DTG auch im Simulator extrem schön umgesetzt. Die Dachkonstruktion oben. Sehr realistisch. Auch hier oben die Ausfüllung für den Stromumnehmer. Richtig geil gemacht. Also da hat sich DTG wieder sehr viel Mühe gegeben. Na hier oben. Alles sehr krass umgesetzt. Also da auf jeden Fall Daumen nach oben. 230 km pro Stunde schnell die Lokomotive. Allerdings nur für den Verkehr in Deutschland zugelassen. Eigentlich schade, weil die Taurus-Lokomotiven sind ja wirklich... Ja, wirklich Universal-Lokomotiven kann man einfach sagen. Man kann sie vor Regionalzügen ansetzen. Man kann sie aber auch in den Fernverkehrsdienst nehmen. Und das Schönste an den Lokomotiven, sie sind auch für den Güterverkehr geeignet. Es sind wahrliche Alleskönner. Ja, die Dostowagen hinten dran sollen für die Taurus-Lokomotive eine Leichtigkeit sein. Die wir mal in 0,0x auf die entsprechende Höchstgeschwindigkeit beschleunigen können. Und genau dasselbe wollen wir natürlich jetzt auch tun. Deshalb verriegeln wir die Türen wieder. Und machen dasselbige auch im Führerstand. Das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig. Wir starten heute hier in Leipzig-Konnewitz. Die entsprechenden Bahnsteigskonstruktionen sind uns hier ein bisschen im Weg, was die Kameraführung angeht. Aber das ändern wir natürlich zu unseren Gunsten außerhalb des Bahnhofs. Leistung vorwählen. Und dann geht's raus aus dem Bahnhof. PZB wird auch aktiv. Und wir dürfen mit 60 fahren. Ein Problem hat DTG aber immer noch nicht so richtig hinbekommen. Und zwar unten bei den Achsen entstehen immer noch diese, ja, unschärfe Boxen. Sprich, da muss DTG auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Aber das Problem haben wir ja nicht nur bei der Taurus-Lokomotive. Das haben wir nahezu aktuell bei allen Lokomotiven im Transom-World. Da kann sich DTG wirklich noch ein bisschen ins Zeug legen. Ja, auch gibt's ein Problem, was den Führerstand angeht. Nämlich können wir uns aktuell nicht umdrehen. Sobald ich mich mit der Kamera jetzt hier umdrehen würde oder in den Maschinenraum gehe, was auch sehr schön geworden ist, kommt es leider zu einem Fehler, dass der Simulator abstürzt. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass DTG da in Kürze nochmal nacharbeiten wird. Weil das können die sich auf Dauer auch nicht erlauben mit so einem schönen Addron. Und dass man sich dann im Führerstand nicht umdrehen kann. Auf jeden Fall ist im Führerstand wirklich alles modelliert. Wir haben sämtliche Schalter und Bedienelemente, die wir auch in der richtigen Taurus-Lokomotive bei der Deutschen Bahn AG vorfinden würden. Wir haben das typische Rückpanel, wo wir den Batteriesteuerschalter haben, die Stromabnehmerwahl, die Einstellung für PZB und LZB, die entsprechenden Störschalter. Wir haben die Lichtkonfiguration auch auf der Rückseite mit. Also wirklich alles, was ihr dort bei der Taurus entsprechend findet. Wir dürfen zuerst einmal auf 80 km pro Stunde beschleunigen. und halten gleich an dem Haltepunkt Leipzig-Mitteldeutscher Rundfunk, kurz MDR. Das Kaisignal vor unserer Nase sagt auch schon Halt erwarten. Und dann brechen wir uns mal entsprechend runter. Verkürzter Bremsweg. Also gehen wir ein Stückchen stärker in die Bremsen. Relativ schnell in den Bahnhof einfahren, sodass wir möglichst wenig Zeit verlieren. Denn wir haben natürlich auch einen Fahrplan einzuhalten. Und all die Passagiere möchten auch früh oder später möglichst pünktlich an ihrem Ziel ankommen. Am Ende des Bahnsteigs wird angehalten, so wie wir das gewohnt sind. Ja, wir können natürlich auch im Führerschein das schöne Fenster hier runter machen. Und Türen auf der rechten Seite entriegeln. Hinten werden wir gleich alle Fahrgäste ein- und ausströmen sehen. Und da steht sie. Der Koloss auf Schienen. Die 182 von DTG. Ja, ich würde mal sagen, die Fahrgäste haben jetzt genug Zeit gehabt. Es tummelt sich hier eine wahrliche Menschenmasse am Bahnsteig. Wir können die Türen schon wieder schließen. Rechts verriegeln. Türen gehen zu. Die Trittstufen waren an der Stelle jetzt nicht ausgefahren. Ist aber auch gar kein Problem. Die braucht man bei so kurzen Abständen eigentlich nicht. Wir wechseln wieder in den Führerstand. Lösen hier die Bremse. Und dann geht's los. Typische Tonleiter. Aber ich muss sagen, mit der Tonleiter vom Taurus hier im Simulator bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich bin der Meinung, da gibt's so ein paar Unterschiede zur Realität. Also die Töne klingen echt anders. Sind sehr nah dran an dem reellen Fahrgeräusch der echten Taurus, aber da sind noch ein paar Meter, die DTG in Richtung Ziel laufen muss. Und ich bin der Meinung, das kann DTG eigentlich relativ einfach auch umsetzen. Ja, so wie ich das jetzt hier auch auf den ersten Metern mitbekommen habe, ist die PZB relativ gut umgesetzt worden. Also das hat DTG scheinbar auch gut hinbekommen. Für uns geht's jetzt erstmal direkt in den City-Tunnel hinein. Ganz bekannt natürlich in Leipzig. Und ja, unsere heutige Fahrt wird uns bis zum Leipziger Hauptbahnhof führen. Dort ist dann erstmal Schluss vor heute. Nächste Fahrt kommt gewiss. Und wenn du natürlich mehr Videos aus dem Simulator TSW mit der neuen Baureihe 182 wünschst, dann schreibst du mir das bitte unten in die Kommentare hinein. Und dann... Ja genau, dann schreibst du mir das unten in die Kommentare hinein. Und wenn sich entsprechend genug Interessenten finden, wird es natürlich weitere Videos geben. Hinterlasse mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Keine Angst, das Video ist an der Stelle nicht zu Ende. Wir fahren noch ein paar Meterchen. Aber am Leipziger Hauptbahnhof würde ich sagen, ist für heute dann erst einmal Schluss. So, im City-Tunnel müssen wir jetzt ein bisschen mit dem Licht spielen, was hier im Führerstand alles angezeigt wird. Draußen das Licht wollte ich jetzt eigentlich nicht deaktivieren. Aber ich wollte es dimmen. So, Türen auf der Fahrtrichtung linken Seite entriegeln. Da muss man immer noch mal ein bisschen gucken. Oh, dieses schöne Verkehrsroth. Ja, das ist auch ein bisschen ungünstig bei der Strecke Rapid Transit, dass man manchmal mit der Kamera außerhalb des City-Tunnels platziert wird. Und dann hat man hier entsprechend diese, sag mal, schwarzen Boxen drumherum. Ja, die Dostowagen werden im entsprechenden Add-On auch mitgeliefert. Und aktuell sind Szenarien für, wie gesagt, die Strecke Rapid Transit vorhanden. Sehr, sehr viele natürlich auch im freien Spielmodus. Sprich so, dass man mehr oder weniger das Fahrterlebnis selbst gestalten kann. So, alle Fahrgäste scheinen eingestiegen zu sein. Dann Türen links wieder verriegeln. Die schließen sich wieder. Und, ach ja, das habe ich vergessen. Wir müssen im Führerstand selbst hier nochmal den verriegeln Schalter einlegen. Und dann kann es losgehen. Also, ganz wichtiger Hinweis an der Stelle noch, der Simulator verriegelt im Führerstand hier in der Lokomotive. Die Türen nicht von selbst. Das müssen wir manuell nochmal durchführen. Ja, die Lokomotive sagt Zugbeeinflassung. So soll es auch sein. So, ich glaube, der nächste Halt ist dann... Ist das schon der Hauptbahnhof? Nee, eigentlich nicht. Dann müsste noch was dazwischen kommen. Der Taurus bremst auch wunderbar. Das Beschleunigungsverhalten auch sehr gut simuliert. So. Schön langsam abbremsen. Schließlich sollen uns die Fahrgäste hinten auch nicht durch den Zug durchfliegen. Ach, sieht das nicht geil aus. So, links entriegeln. Also, die 182 ist wirklich schön umgesetzt. DTG muss nur noch die letzten Bugs beheben. Dann ist es ein wunderbares Erdorn. Also, schaut euch das nochmal an. So, ich stehe aktuell am Wilhelm-Leuschner-Platz. DB. Geil gemacht. Sehr geil. So, Türen wieder verriegeln. Das typische Spiel im Personennahverkehr. Hier auch diese riesigen Treppen. Gut, die Rolltreppen sind jetzt nicht animiert. Beziehungsweise sind abgeschaltet. Ja, die Leipziger sollen heute laufen, ne? Tag des Sports. Gut, dann legen wir los. Beziehungsweise legen ab. Auch wenn wir kein Schiff sind, aber wir legen ab. So feucht, wie das in den Tunneln Leipzigs ist. Da kann man ruhig schon von ablegen sprechen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Der Sound ist schon geil, aber da geht mehr. Da geht mehr. Auch finde ich, müsste man eventuell die Beleuchtung im Führerstand noch ein bisschen dimmen. Aber das ist hier aktuell ein bisschen zu grell. Das ist halt too much, sag ich mal. Oh, wunderbar. Wie dieser Bahnhof ausgeleuchtet ist, das ist geil. Da müssen wir ein bisschen stärker bremsen. Ja, das war jetzt eine wirklich harte Bremsung zugegeben. Links entriegeln. Nein. Nein. So. Oh, ist doch klasse, oder? Also für den Taurus kann ich aktuell eine Kaufempfehlung aussprechen. Eventuell würde ich sogar noch ein bisschen warten trotzdem. Weil ich würde gerne sehen, ob DTG eben diesen Bug behebt. Ich bin sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass es DTG machen wird. Und ansonsten wird das Add-on auf lange Zeit nämlich gar keine Chance haben auf dem Markt. Man muss einfach durch den Führerstand komplett gehen können, ohne dass da der TSW sagt, ich stürze jetzt mal ab. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es DTG verändern wird. Aber vielleicht noch ein, zwei Tage warten und dann sagen, okay, jetzt schlage ich zu. So, wir können die Türen wieder verriegeln. Und im Führerstand nicht vergessen. Entsprechend das Verriegeln auch einstellen. Bremse wieder lösen. Dann geht's weiter. Ja, was hältst du von Add-on? Bist du begeistert davon, genauso wie ich? Oder sagst du, nee, das ist völliger Mist. Was meinst du? Schreib's mir unten in die Kommentare. So, wieder schöne Beschundigen. Vorne leuchtet schon wieder der nächste Bahnhof. Was ich persönlich noch geil fände, wenn man im Trainsome-World auch entscheiden könnte, welche Lokomotive man auf welcher Strecke fahren möchte. Weil aktuell ist es nur möglich, die 182 hier auf der Strecke S-Bahn Rapid Transit einzusetzen. Aber man könnte die Lok natürlich wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen. Man könnte die auch auf der Strecke Speisradbahn fahren. Auch wenn man sie dort vielleicht mit einem Güteauszug beschwand. Man könnte die Lokomotive auf der Ruhr-Sieg-Strecke fahren. Ruhr-Sieg Nord aktuell nur auch im Güterverkehr. Das finde ich am Modell TSW so ein bisschen schade, dass DTG einem, ich sag mal, da so viel vorschreiben möchte. Wie man zu fahren hat und wo man zu fahren hat. Das finde ich, sollte man noch optimieren, dann wäre das richtig geil. Weil dann hätte DTG was geschaffen, wo man sagt, das ist krass. Man hat dann wirklich die Freiheit, die man auch im TSW hier eigentlich anstrebt. Das sollte ja der Unterschied sein zum Train-Simulator. Sprich, man kann als Lokführer die unterschiedlichsten Strecken in aller Welt erkunden. Und wenn das DTG umsetzen würde, dann wäre es richtig geil. So, das sind relativ kurze Stops immer. Türen verriegeln. Und ja, das ist er. Der Leipziger Hauptbahnhof. Und für die heutige Fahrt soll das auch erst einmal reichen. Wenn du dir, wie gesagt, weitere Videos wünschst, dann schreibst du mir das unten in die Kommentare hinein. Und dann gucke ich mal, wenn sich genug Interessenten finden, ob wir noch ein Video machen oder nicht. Und in diesem Sinne, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.